Hallo liebe Freunde vom kleinen Belgier. Dass wir bei der Produktion auch sehr viele Pleiten, Pech und Pannen haben, bleibt wohl nirgendwo aus. Selbst die größten Profis in ihren Sprecherkabinen verhaspeln sich. Und was sollen da wir kleinen Lichter sagen? Und es gab viele spannende und lustige Momente. Leider habe ich nicht alle aufheben können, aber ein paar sind der Nachwelt erhalten geblieben. Und die bekommt ihr jetzt als Bonus hier aufs Auge gedrückt. Bitteschön. Dieser kleine Mäh. Mäh, ja, Mäh, wie das Schafmäh. Wie war das jetzt mal? Ah ja, ok. Nochmal zurück. Löschen bitte. Dieser kleine Mäh, dieser Belgier mit dem Schnü... Schnü, was ist Schnü? Um 23... Nochmal. Mon Dieu, Captain Ice. Mon Dieu, Captain Ice-Dings. Ich möchte Ihnen nur... Mon Dieu, Captain Ice-Dings. Ich möchte Sie nur darauf auf. Mon Dieu, Captain Ice-Dings. Ich möchte Sie nur darauf auf. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass jetzt die Örmalzu-Zeit. Hörmalzu präsentiert. Äh, ja, was präsentieren wir denn? Hörmalzu präsentiert der Belgier. Ein kleiner Mann mit einem großen Kopf. Nee, halt, stopp. Hörmalzu präsentiert der Belgier. Ein kleiner Mann mit... Gib mir nochmal den Zettel. Hörmalzu präsentiert der Belgier. Hörmalzu präsentiert der Belgier. Fini, mesdames, messieurs. Hörmalzu präsentiert der Belgier. 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 Hörmalzu präsentiert der Belgier.